Später. Nach so vielen Fehlschlägen gab Salieri den Job an jemand anders. Ich ging nur als eine Art Versicherungspolice mit ihnen. Setz dich hin und sieh zu, damit du dich noch einmal alles verboxt. Da bin ich halt mal gespannt, ey. Amateur! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 Oh ja, damit der ja nicht auffällt. Ich wünsche eine gute Zugfahrt, Morello. Oh ja, damit der ja nicht auffällt. Warum gehen die Schanken nicht zu? Weil du da mal mitfallen wirst. Was für Amateur, ey. Dann mach ich den Scheiß jetzt. Was? Erledige Sergio Morello. So, was hab ich für Waffen? Jo, passt. So, aus dem Weg. Ist mir scheißegal. Toll. Toll. Habt ihr wirklich toll hinbekommen. Ach du Scheiße. Wie professionell, ey. Das bisschen auffallen. Keine Bewegung. Ah ja, steck dir ne keine Bewegung in den Arsch. Da, wo es hingehört. Scheiße. Na, passt auf. Oh Gott. Warte mal, sonst kurz. Kann ich nicht. raus zu ballern, ne? Scheiße. Jetzt hab ich natürlich... Oh Gott. Jetzt hab ich mir ein Ei gelegt. Jetzt hab ich mir ein Ei gelegt. Aber ein dickes Ei. Jetzt haut doch ab. Ah. So, ich hab einen Partner. Okay, warte mal nochmal. Wir müssen jetzt aber schon gerne mit 100 Leben haben. Und nicht mit 95. Ah, natürlich. So, okay. Ähm. Ah, nee. Fahr den. Ja, schnapp mich. Geschwindigkeit. Überfahr den voll. Geschwindigkeitsüberschreitung. Geil. Jo. 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 Läuft bei dir. Aber warum? Ist, 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 ist die halbe, halb Amerika auf, auf, auf der Straße. Wenn ich ihn mal verfolge. Oh Gott. Warte. Du, 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 du. Komm. Keine Zeit für diesen Blödsinn. Ja, jetzt ein Maul. Ich hätte nicht rumballern sollen. Oh Junge. Was? Jo. Fick dich doch. Alter. Ah. Jetzt kann ich's nochmal machen. Wow. Ey, diese Verfolgungszahl ist nämlich auch richtig beschissen, weil man sie öfters ganz gerne um, ich will nicht mit 100 Leben haben, nicht mit 95, weil das ziemlich wichtig ist, weil, oh. Na, wurde mal jetzt nicht gemacht. Ja, ich hätte dich überfahren sollen, du Arsch. Ja, nochmal. Ist ja toll, wenn wir alle Autos in den Weg fahren und ich jetzt nicht so schnell mehr, ich kann auch nicht so schnell reagieren, weil da, weil die Steuerung dann aber auch, äh, dieser Bremsweg ist zu lang, Leute. Das ist zu lang. Und dann, oh, wenn die Autos natürlich, na jetzt. Geil. 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 Nein, ich fahr jetzt hier durch. Ey. Ohne Witz. Hallo Herr Wachtmeister. Oh Mensch ey. Ich hasse dich aber vorhin, sagt du sehr. Ich hab die einzige, die doof ist. Aber sie ist deswegen, weil man sie auch von 100 Leben schaffen will. Sonst geht er letztendlich auch. Oh, ich will der natürlich auch abbiegen. Noch extra Wünsche. Vielleicht noch eine Currywurst. Mit Pommes. Und Cola. Oh, ey. Auf dem Weg. Aus dem Weg. Ich hupe. Ich hupe. Weg. Vielleicht hilft das ja. Bleib wohl doch. Bullen, 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 bullen. Nein. Als ob ich einen halben Kilometer zu schnell war. Halben kmh. Nein. Was pickst du ab? Echt. Mensch, das kannst du nochmal machen. Oh. Wie soll ich da denn reagieren? Wenn die random irgendwie meinen. abbiegen zu müssen. Ah, jetzt kann ich es nochmal machen. Warum muss man in die geben scheitern? Schnell fahren. Du bist schuld. Ja. Du bist schuld. Es ist mir egal, ob du schuld bist. Einen bist du nicht schuld. Aber... warte, ich probier jetzt was. Ich frage mich, ob man den auch vorher killen kann. Also, ob man sich die ganze Verfolgungszeit überhaupt geben muss, ey. Es fahren ja wieder sieben Milliarden Autos. Wir mitten im Weg. Wenn der Fahrer ist ja immerhin selbst umbringt, dann lache ich, ey. Ich frage mich überhaupt, ob man... Ich hol ernsthaft auf. Natürlich kommt da ein Auto. Das kann nicht sein, dass ich den noch einen letzten Millimeter mitnehme. Oh, was ist denn das? Ey, ich komm, ich kriege die nicht hin. Weil immer irgendwas ist. Entweder mir fährt hier mitten den Weg. Ich muss ausweichen, weil es aber nicht geht. Weil, ähm... Oh, jetzt geht... Jetzt geht mir aus dem Weg! Danke! Die Schwächkeitsüberschreitung. Ist mir egal. Ich bringe euch alle um, wenn es sein muss. Warum so viele Wichser mir auf der Straße dann da sofort mal sind? War keine Mission so. Und keiner. Das hat bestimmt... Ja, als Maul! Wie interessiert die, ob du durch willst? Interessiert mich einfach nicht. Was standen denn? Oh, Leute! Oh, ey! Wie weh... Der schon geht... Oh Gott, der ist wirklich weit vorne schon. Ich weiß auch nicht, wie... Ich weiß auch nicht, ob man ihn direkt wirklich verfolgen muss. Oder wir können ja auch mal was probieren. Na, natürlich. Ob es reichen würde, wenn ich ein bisschen langsamer fahre? Ich glaube aber nicht. Ich glaube, irgendwann musst du schneller fahren. Ich glaube, irgendwann kriegst du ein Zeitding. Das war auf jeden Fall bei manchen Verfolgungen zu okay. Es ist nicht euer Ernst, oder? Ich bin ja... Wie? Ich weiß auch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, fährt jetzt aber auch noch da hoch. Danke. Ich bin wieder 99. Alter, muss das mir so mitten im Bild... Oh, das ist ja richtig mitten im Bild. Das ist ja richtig eklig. Das ist nicht die Hälfte der Straße. Also, gesucht heißt übrigens, dass mich jeder Polizist erkennt. Das hilft nicht, ne? Wir können die überhaupt dann sowieso noch mal machen, weil wir nicht morgen ein Leben haben. Ach so, jetzt haben wir es geschafft, oder was? Ach, geil. Ich bin 93, dann ist das halt so. Hey, was glotzt du so? Leg die Typen hinter mir um! Scharfschützen. Okay, komm da raus, du Bastard! Ach so. Ach so. Ach so. sehr gut danke menschen da so er ist mir jetzt hier die mitte finde persönlich das ist die schwerste szene im spiel ist das ist eine geschmackssache ich persönlich finde es so also jetzt kommen die beiden und wie wir gehen das insgesamt sind das ist mir eine ziemlich gemeine ballerei ja war einmal luft schießen und und auf und 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 Oh, er war jetzt knapp. Mal gucken, ob ich die mal wieder so Poli-Poli mehr habe, auf jeden Fall, genau, sind das dort zwei. Ich auch, Kumpel, ich auch. Neh, mal die Knarre. Warte, was macht der? Ah, falsche Tasse gelockt, ah. Ah, sehr schön, der ist tot. Oh Gott, dann ging das ja eigentlich, aber bis jetzt geht das ja, oh Gott, hab ich mir ja sonst Sorgen gemacht. Letztes Mal war ich, ich bin aber auch nicht... Was gehört? Ah! 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 Guten Morgen, wie geht's ihnen? Shit. Ist er eigentlich fies? Ah, ah, ah. Warte, warte, warte. Das war ja... Man muss halt schon gute Reflexe haben, bei der Mission, weil die echt nicht nett ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt die schwerste ist oder ob die schwerste noch kommt, aber ich würde sagen, es ist mit einer der schwersten. Also auf jeden Fall mit einer. Ob es jetzt hundertprozentig die schwerste ist, vielleicht auch noch die letzte. Könnten es auch noch für mich knackig machen. Oh. Hi. Haben sie sich verändert? Ja, es wird mir ins Bein geballert. Entschuldigung. Dann natürlich... Du hast schon viel Blut verloren, das kann man nicht mehr leben. Du schießt scheiße. Ins Persönliches. Ich knarre. Ich will den Colt haben. Im Falschen. Hm? Ich hab den Falschen erwischt. Ich hab den Falschen erwischt. Boah, war ja richtig falsch an mir. Guck mal, dass ich so falsch bin. Mein Fehler. Äh. Ist äh. Äh. Ih. Arschloch. Pisse. Diehst du auch? Äh, du nicht. Bin ich tot? Bin ich tot. Arschloch, Alter. Hm. Zwei Magazine. Das ist schon mal, sie sind nicht mal so übel. Und das Gegner, oder sind das Civis? Ich glaub, er sind Civis. Leute, Gegner, Civis, Civis, sehr gut. Nimmt euch Urlaub. Bitte. Nimmt euch einfach vor, der Urlaub verschwindet hier. Ja, du, so, dann bestehen wir uns auch. Sniper sind tot. Ich weiß nicht, was ihr schon gesagt habt. Das war aber scheiße geschossen. Gebe ihnen einen Tipp. Schießen sie es nächstes Mal besser. Ah, ne. Ne, Moment mal, Entschuldigung. Ich will es nie wieder Gelegenheit haben, diesen Tipp auszuprobieren. Hm. Boah, Pech. Einmal kommen die Tipps einfach zu spät, ne? Hallo, ist hier noch jemand? Nö. Gut, dann geh ich wieder. Da sind noch welche drin, wetten. Da müssen noch welche drin drin. Vielleicht können wir sie auch überspringen. Wir müssen ja nicht jeden killen. Also, muss ich auch nicht. Will ich auch gar nicht, ne? Hier wird bestimmt nicht mehr drin sein. Ja, aber bis jetzt auch so Lack gehabt. Ein bisschen. Danke, Feuerwehr. Also, ich weiß nicht, ob das gewollt ist, ne? Mit den wahren Schüssen. Aber ich bedanke mich natürlich. So kann ich richtig gut auf euch reagieren. Okay, ich glaube, wir kommen Morello näher. Beide? Beide, wetten ja, und beide. Ähm, die hat man die nochmal, die hier. Komm her! Die sind da, ich sehe ihn nicht da. Ja, das ist weg, das ist weg. Komm ich jetzt noch nicht rein. Ach, Leute. Ist hier das Warnschusskonzert, oder? Wollt ihr mich gar nicht umbringen? Ich habe ein bisschen das Gefühl, ihr wollt mich gar nicht umbringen. Oder? Ach, Leute. Also, versucht ihr es überhaupt, oder? Oder ich euch nicht so danach. Sagt das mal ehrlich. Oh, noch einer. Ja, 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 warte mal. Ja, da ist ja was. Jetzt den kacke, warum... Hi. Oh Gott, irgendjemand schießt doch auf mich. Du bist dieser Wegzer, oder? Du bist das, Leute. Die Waffe will ich jetzt davon nicht verschwenden. Billigen Kackgegner. Und dann haben wir die Midi-Kit holen. Hier gibt es auch noch einen Midi-Kit. Wow. Ernsthaft? Bist du und bleibst ein Wichser, ey. Wow. Du kannst den Arsch stecken, brauche ich nicht. Sein Kumpel erschossen. Leute, die wir umbringen, drehen sich heute noch um und erleben sich trotzdem nicht. Aber... Das waren sechs Schüsse gut daneben geballert. Äh... Ja... Ist auch lieber Colt. Auch nicht so richtig. Ich nenne ihn bald die hier. Aber dann muss ich ihn nur zufrieden geben. Ich habe nicht so viel. Danke. Das ist ein Midi-Kit hier irgendwo. Wo war denn das? Ach nee, ich weiß, wo das war. Das war, das war. Dann haben wir auf jeden Fall sehr, sehr viele Gegner weggeballert schon. Oh, noch zwei. Okay. Okay. Hier ist ein paar Kugeln. Arschloch. Ich werde richtig böse. Ja, egal. Ich habe keine Kugeln mehr, Alter. Ach ja. Ah, danke für den Tipp. Ist immer geil, wie sie immer Warnschüsse abgeben. Na gut, da werden noch Lockergegner sein. Was ich jetzt will, damit ihr mir folgen könnt. Ich möchte noch Mami ziehen. Deswegen gehe ich auch gerade so komisch. Und nicht nur kurz und quer hier. Weil ich weiß, man muss da lang gehen, wo die Gegner tot sind. Also muss ich nicht, dann müsste ich die Gegner killen. Aber ich will jetzt auch nicht unnötig Leute killen. Also nicht unnötig, sondern unnötig. So, Leute. Ich habe die Ball erschossen, weil du das gesagt hast. Jetzt nicht mal mit das reizt, sondern weil ich mich erschrocken habe. War eben schon so ein bisschen. Der Finger war schon auf. Auf, auf Anspannung. Bin ja auch ein bisschen angespannt, muss ich sagen. Also ich reagiere sehr schnell. Das heißt, Leute, sprecht mich am besten gar nicht erst an. Ich weiß nicht, ob hier schon noch jemand ist. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo das Miekt war. Ich weiß aber, dass es hier eins gab. Dass ich es immer geholt habe. Ich weiß auch nicht mehr, wo. Das hier? Ich meine, dass es draußen war. Ich bin mir da aber überhaupt nicht mehr sicher, wo das war. Was ist denn die? Ich werde richtig böse. Das war geil zu Kommentar, weil... 92. Geil. Also, da kann man sich nicht beschweren. Das war sehr, sehr wichtig. Also, die schwerste Mission. Ich habe mich noch übelst angestellt, aber zum Glück ging das. Oh, zum Glück, ey. Da war ich ein bisschen nervös, dass wir hier sehr lange dran sitzen. Weil ich saß hier immer wirklich sehr lange dran. Weil die Gegner echt gemein versteckt sind, halt. Danke. Und empfehle ich euch auch, wenn ihr das auch macht. Bringt nur die Gegner um, die ihr umbringen müsst. Also, es sind hier noch ein paar Gegner. Aber wenn sie mich jetzt nicht angreifen, dann lass ich sie auch in Ruhe, weil... Ohne wird sich wieder Sergio nicht... Nee, ich muss nur Sergio erledigen. Ich dachte, es kommt... Sie müssen auch alle Wachen dazu erledigen. Das ist nämlich... Gibt es ja auch als Mission. Das heißt, wir gehen mit 92 Leben in die nächste... In die... In die... Sozusagen... Zu Sergio. Geil. Du lässt mich doch in Ruhe, ne? Du bist doch so ein Wechser! Hey, ich kenne jetzt doch keinen Start, das. Hey, oh, danke. Oh, das hat nicht geklappt. Na gut, 86. Ich weiß nicht, was du versuchst, du Penner. Mein Bruder würde dich zusammen mit der ganzen Familie umlegen. Gib auf, du bist tot. Du kommst hier nicht rein, du Idiot. Du bist zu klein für mich. Das Feier wird groß genug sein für dich, Sergio. Hallo, Sergio. Jetzt natürlich. Na, da gibt es noch eine Knarre, die wir nehmen können. Yo. Ah, geil. Du hast doch die bessere Sicht gehabt, du Pisser. Aber egal. Der Esel. Er hat also Esel. Aber er ist nicht, Esel. What? Yo, aber was machen wir denn? Ja, die Mistung ist gemein. Ah, der da oben kann mich auch noch angreifen, weil der mich umgebracht hat. Ey, du bist so ein Blick da oben. Bist du so ein Pisser? Ja! Ah, ist in Ordnung. Wo war ich denn witzig? Wie ist der vorher umgebracht? Das hätte ich jetzt in deinem Leben. Das würde schon passen, aber... Oh, ja, ist ja gut, ey. Was ist denn das, was ist denn... Was ist jetzt hier? Oh Gott! Na gut, vier ist schon mal weg. Ne, drei. Den habe ich nicht. Sieben bleiben. Wo war es das, ne? Kleiner Wichser da. Noch lebe ich, noch lebe ich. Ja, die Garten sind unfassbar fies, weil du kannst bei einem one-gesch... ...gewonshottet werden. Da muss ich aufpassen. Ah, durch. Ich weiß, ich werfe ein bisschen Munition weg. Oh, nicht so schlimm. Da müssen wir die Pisten eng gucken. Ich bin ein Morello. Ich bin ein Angel-O. Ich bin... Ich bin ein Pirates. Das ist ja ein tolles Argument, wann wir gewinnen. Ja, gut. Trau dich doch. Was? arschloch stirbt man hast du glück jetzt nicht mehr alter bist du als kind in glücksbrunnen gefallen aber auch dass du so viel attentat überlebt hat nämlich er ist gespeichert wir sind sie noch raus schaffen immer die auch nicht mehr Die ist noch. Die ist noch. Okay. Kann er uns an der einstecken? Nein. Wenn das hier liegen. Moment mal. Er fährt den Schlüssel. Scheiße. Hm. Scheiße. Was hat der andere eigentlich von der Waffe gehabt, dass er mich so gut erwischt hat? Das glaube ich. Nee, du warst das nicht. Nee, du warst. Nee, du. Nee, du auch nicht. Ja, Schuffler ist echt fies. Ich würde sagen, prinzipiell treffen sie nicht ganz so oft. Das Problem bei denen ist, wenn die dich treffen, dann bist du am Arsch. Hm. Noch ein Midi-Kit. Loll, drop. Mal holen, okay. Loll, zwei Midi-Kits für die Scheiße. Das ist ja geil. Da feier ich. Ja, ich will nur raus, Alter. Ich will hier nur raus. Es kommt, es kommt ein Gegner. Fickt euch. Was? Was? Ey. Ist hier eine Mafiosi-Versammlung, oder was? Nimm mal Pizza mitbringen. Arschloch. Ah, hier bin ich gewesen. Oh. Das Auto hier, Alter. Gib das Auto hier. Ich muss da eigentlich hier noch. Bitte, danke. Oh, nächstes Mal bringe ich Pizza mit, ey. Wenn hier... War mit einer Bombe drin. Könnt ihr zusehen. Oh, Alter. Ich war so schön mit 100... Ja. Ja. Alter. Weg da. Na. Ja. Either way. Schnauert. Schnauert. Ja. Ich komm schon.